Immer mehr Menschen leben in Städten. Es ist die Lebensform der Zukunft. Können wir die Art und Weise, in der städtisches Leben organisiert wird, mitbestimmen? Und wenn ja, wie? Wohnen, Bildung, Barrierefreiheit. Drei Projekte zeigen, wie es gehen kann. In den Städten fehlen bezahlbare Wohnungen. Gerade die Innenstädte verlieren dadurch an sozialer Vielfalt. Mietshäuser Syndikat zeigt Alternativen, wie bezahlbarer Wohnraum bei steigenden Mieten geschaffen werden kann. Das Mietshäuser Syndikat ist mittlerweile ein Verbund von 75 Hausprojekten und einigen Initiativen. Auf einer formalen Ebene sind es einfach sehr viele GmbHs, die miteinander verbunden sind. Und über eine bestimmte Rechtskonstruktion wird verhindert, dass die Häuser wieder auf den Markt kommen. Das ist formal. Und informell ist es ein großes Netzwerk, wo die Leute sich gegenseitig unterstützen. Sei es finanziell oder durch Beratung oder ähnliches. Kurz zum Hintergrund vom Hausprojekt. 2009 ist das gegründet worden als Projektinitiative. Wir sind aus zwei WGs und Umfeld entstanden. Haben uns natürlich erstmal informiert, was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten, ein Hausprojekt zu bauen oder zu kaufen. Was für Rechtsformen, was für Rechtsstrukturen gibt es eigentlich. Und sind dann ziemlich schnell zum Mietshäuser Syndikat gekommen. Wir haben ein ganz normales Mietshaus, was aber von Mieterinnen selbst verwaltet wird und auch im Besitz der Mieterinnen ist. Wir haben eigentlich einen großen Bedarf an Leuten, die auch selbst organisiert wohnen wollen. Das merken wir in unseren Beratungen. Aber wir haben nicht unbedingt die Mittel, das zu realisieren, weil einfach die Marktverhältnisse schlecht sind. Innerhalb der Großstädte haben wir eher das Problem, können wir da überhaupt noch mithalten, wenn wir am Ende doch bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen. Wir haben von der Panker-Kommune bis zu Senioreneinrichtungen, wir haben innerhalb dessen auch so einen Handwerkerhof, der neu gebaut wird. Also es ist eine große Differenz zwischen den verschiedenen Projekten. Die Zukunftsmöglichkeiten junger Menschen will das Chancenwerk verbessern. Bildungsperspektiven dürfen nicht dem Zufall oder dem Geldbeutel der Eltern überlassen werden. Das Prinzip des Chancenwerks lässt sich eigentlich ganz gut umschreiben mit der Formel SHS auf 2. Das heißt, Schüler helfen Schülern und Studenten helfen Schülern. Das heißt, wir haben einmal die kleinen Schüler der Klassen 5 bis 7, die betreut werden. Dann haben wir Schüler der Klassen, also es kommt auf die Schule an, aber in der Regel hier sind es zum Beispiel Schüler der Klasse 9, die die kleinen dann betreuen. Und dann haben wir noch Studenten, die so als Gruppenleiter funktionieren und die dann auch noch mal für Rückfragen zur Verfügung stehen eigentlich. Entweder werden wir halt konkret gefragt oder gehen einfach hin und fragen, verstehst du das? Und dann müssen wir versuchen, denen das zu erklären und helfen, dass sie das verstehen. Aber die kommen auch auf uns zu und fragen uns, wenn die das nicht verstanden haben. Generell sind das Schüler, die wirklich schon gar keine Lust mehr auf Schüler haben und dass man überhaupt erstmal an die rankommt, die überhaupt zum Arbeiten bekommt. Wir machen eigentlich in allen Fächern immer irgendwas, je nachdem wer halt in welchen Fächern Hilfe braucht und Fragen hat. Die kommen ja anderthalb Stunden in der Woche hier hin, setzen sich mit den Kleinen hin und arbeiten mit denen. Und dafür bekommen sie Kurse, Intensivkurse, wenn sie das möchten, in Mathematik, Englisch oder in den Kernfächern oder Deutsch. Es ist entstanden aus der Idee, dass es oft gerade bei sozioökonomisch schlechter gestellten Kindern mangelt an Hilfe. Und grundsätzlich richtet sie sich natürlich an schwächere Schüler, die Hilfe brauchen. Gerade im Ruhrgebiet sind das oft Kinder mit Migrationshintergrund. Und das Projekt ist auch aus diesem Mangel, kann man sagen, diesem Mangel an Förderung und Möglichkeiten für solche Schüler entstanden. In einer zeitgemäßen Stadt können Menschen mit Behinderungen ohne Einschränkung U-Bahn fahren oder zum Friseur gehen. Die Sozialhelden beweisen mit viel Einfallsreichtum, dass barrierefreies urbanes Leben keine Utopie bleiben muss. Bei den Sozialhelden haben wir uns in den letzten Jahren dazu entschieden, dass wir den Begriff Behinderung versuchen in den Mainstream zu tragen. Und auch das Thema Behinderung. Wir nennen es Disability Mainstreaming. Eines der Projekte der Sozialhelden nennt sich uemap.org. Das ist eine Online-Karte für rollstuhlgerechte Orte, auf der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Orte bewerten können. Also Cafés, Bars, Kinos und Friseure zum Beispiel, ob sie zugänglich sind oder nicht. Bei der Wheelmap versuchen wir Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, wo kann ich denn teilhaben. Natürlich zeigen wir aber auch, wo man eben nicht teilhaben kann, weil vielleicht das Café ein oder zwei Stufen am Eingang hat. Und wir wollen mit der Plattform dafür sensibilisieren, dass Teilhabe wichtig ist, dass auch Zugänglichkeit zu bestimmten Orten wichtig ist. Und dass die Inklusion nicht durch die Wheelmap stattfindet, sondern durch die Präsenz von Menschen mit Behinderung am Ort. Das heißt, wenn Menschen mit Behinderung in einem Café auftauchen, dann ist das ja eine Art von Inklusion. Inzwischen ist die Wheelmap ja seit über drei Jahren online und ist die größte Datenbank der Welt zu dem Thema geworden. Wir haben 370.000 Orte auf der Karte. Täglich kommen über 300 neue Orte hinzu. Ich würde sagen, das ist ein Erfolg und davon profitieren ja natürlich nicht nur Menschen im Rollstuhl, sondern auch Familien im Kinderwagen. Und der Witz ist, dass Betroffene selber die Orte bewerten und nicht irgendein Verein, eine Organisation oder eine Gemeinde. Drei Projekte von vielen, die zeigen, dass es sich lohnt anzupacken und soziale Innovationen zu verwirklichen. Für eine Stadt mit Freiräumen und eine Gesellschaft, in der jede und jeder teilhaben kann. Hoch inklusiv. Zusammenhalt einer vielfältigen Gesellschaft. Hoch inklusiv. Zusammenhalt einer vielfältigen Gesellschaft. Vielen Dank.